Musik Von den Medienkompetenzen zum Schulkurriculum. Das ist das Thema der nächsten halben Stunde. Ich begrüße dazu Herrn Matthias Trumfeller von der Ernst-Göbel-Schule Höchst im Odenwald. Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Vielen Dank für die Ankündigung. Wie gesagt, mein Name ist Matthias Trumfeller. Ich komme von der Ernst-Göbel-Schule aus Höchst im schönen Odenwald und ich möchte Ihnen heute ein bisschen etwas erzählen, wie wir von den Medienkompetenzen zum Schulkurriculum uns durchgearbeitet haben und wie wir den Schritt quasi dahin gemacht haben, wie das Ganze funktioniert. Und damit Sie einen Überblick haben über das, was ich Ihnen jetzt gleich entsprechend vorstelle, habe ich natürlich zunächst erstmal vorneweg eine Gliederung. Das heißt, als erstes werde ich Ihnen natürlich kurz mal etwas über meine Schulsituation sagen, wo wir uns befinden, wie wir uns befinden und dann gehen wir dann auf dem nächsten Schritt direkt ins Schulkurriculum da rein, gucken mal in die Medienbildung, in den KMK-Beschluss, was das denn bedeutet, bevor wir dann natürlich im Hauptteil in die Vorgehensweise reinschauen und überlegen, beziehungsweise gemeinsam draufschauen, wie wir das bei uns an der Ernst-Göbel-Schule gemacht haben, auf Basis der Kompetenzbereiche und dann stelle ich Ihnen unser Kartensystem vor und zum Schluss sage ich noch zwei Sätze zur Weiterarbeit und zum Ausblick, wie das Ganze dann vorangeht. So, das heißt, zum Start erstmal vorneweg. Ich komme von der kooperativen Gesamtschule mit Oberstufe. Wir haben circa 1200 Schülerinnen und Schüler und circa 110 Lehrkräfte, befinden uns im ländlichen Raum, irgendwo in der Mitte zwischen Darmstadt und Heidelberg. Wir haben bei uns an der Schule zwei veraltete PC-Räume, würde ich jetzt mal sagen. Also die Rechner sind so lange an der Schule wie ich auch, das heißt seit mittlerweile 13 Jahren. Zum Teil natürlich auch nachbesetzt, aber gut. So, dann haben wir Active Boards in circa 20 unserer Klassenräume mittlerweile. Und das Schöne bei uns ist tatsächlich, wir haben WLAN komplett flächendeckend über das gesamte Schulgelände verteilt. Und seit 2016 gibt es eben eine Arbeitsgruppe, die sich Medienbildung nenntet und der ich entsprechend vorstehe und die eben dafür verantwortlich zeichnet, was wir jetzt hier bei uns in den letzten fünf Jahren da entwickelt haben. Gut. Diese Arbeitsgruppe Medienbildung, damit Sie da eine Vorstellung haben, was das bedeutet und das ist etwas, was ich Ihnen auch auf jeden Fall empfehlen würde. Da ist es so, dass ich als Medienpädagoge, ich bin also normale Lehrkräftsportgeschichte und Theater sind meine Fächer, aber dann quasi als Medienpädagoge im Zentrum stehe und dann habe ich einen IT-Beauftragten nochmal extra. Das heißt, ich bin tatsächlich für die pädagogische Seite zuständig und wir haben extra jemanden, der für die technische Seite zuständig ist. Dann haben wir noch einen MINT-Beauftragten, weil wir eine MINT-freundliche Schule sind. Wir haben LANIS, auch nochmal zusätzlich jemand weiteres, der als LANIS-Beauftragter da mitarbeitet in dieser Arbeitsgruppe und eben dann für die Netzwerke quasi und den ganzen Verwaltungsteil zuständig ist. Verwaltungsteil gibt auch schon den Hinweis. Natürlich haben wir einen Schulleitungsmitglied. In unserem Fall ist das jetzt mittlerweile der stellvertretende Schulleiter. Vorher war es ein anderes Schulleitungsmitglied, was in dieser Arbeitsgruppe da zentral natürlich mit drinsteckt. Dann haben wir die Leitung des Methoden-Curriculums, die dann nochmal mitarbeitet. Und als letztes haben wir aktuell gerade nicht mehr Leiter. Sie sehen es, die externe IT-Beratung. Das war bisher so, dass da die Person entsprechend bei uns mitgearbeitet hat. Jetzt hat unser Schulträger den Anbieter gewechselt und da müssen wir mal schauen, ob auch die dann in Zukunft noch Umständen für diese Gesprächsrunden mit dabei sind und da dann auch konkret in der Planung sind oder jetzt aktuell erstmal nur Troubleshooting-Prozesse begleiten. Das ist so ein bisschen schwierig. Das heißt, das ist die Situation. Mit der Arbeitsgruppe haben wir auch unser Konzept 2016 dann 2017 entwickelt. Und damit kommen wir auch schon zentral zum Schulkurriculum Medienbildung. Wir haben erstmal als Basis den Beschluss der Kultusministerkonferenz, nämlich die Bildung in der digitalen Welt. Das Strategiepapier, was vielleicht der ein oder andere von Ihnen mit Sicherheit kennt, ist ja jetzt schon eine Weile draußen. Von 2016 auch ist das schöne Heftchen als PDF. Und in diesem Kultusministerkonferenzbeschluss steht, das jetzt zentral hier auf dem Bildschirm zu sehen, die Länder beziehen in ihren Lehr- und Bildungsplänen Kompetenzen ein, die für eine aktive, selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalen Welt erforderlich sind. Dies wird nicht über ein eigenes Fach umgesetzt, sondern wird integrativer Teil der Fachkulturerikular aller Fächer. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Das heißt, die Digitalisierung und die Bildung in der digitalen Welt findet eben nicht nur in Informatik oder Medienbildung, ITG oder wie auch immer sie man das Fach nennen möchte, statt, sondern ist eben integraler Bestandteil für alle Fächer. Und bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen werden eben digitale Lernumgebungen, entsprechend curriculare Vorgaben unter dem Primat des Pädagogischen, systematisch eingesetzt. Das heißt, auch hier ganz zentral für mich zwei Dinge. Wie gesagt, erstens alle Fächer und zweitens das Primat des Pädagogischen, was oben drüber steht. Das heißt, das ist immer die Frage, wie man da rangeht an die Sache. Und genau so geht es dann im Entsprechenden weiter, denn tatsächlich ist es so bis spätestens 2021, 2022, das heißt, jetzt im Sommer quasi gilt das, müssen alle Fächer unter dem Primat der Pädagogik entsprechend digital arbeiten und eben entsprechend ihren Anteil bringen für die Bildung in der digitalen Welt. Dabei ist es ganz zentral für uns auch an der Schule gewesen, dass eben die pädagogische Entscheidung vor Ausstattung geht. Das heißt, nicht erst irgendwas anschaffen, kaufen, Hauptsache man hat tolle Computer dastehen, sondern tatsächlich wichtig ist erst mal, dass man weiß, wo die Reise hingeht. Und das ist dann letztlich auch im Prinzip unser Leitbild gewesen zur Entwicklung des Mediencurriculums. Nämlich, wie Josef Beuys hier so schön sagt bei dem Zitat, Bevor wir wissen, was wir tun, müssen wir wissen, was wir denken. Das heißt, erst, was wollen wir, was brauchen wir, wo geht die Reise hin, bevor man da wild PCs und dergleichen anschafft, Laptop-Klassen begründet und dergleichen mehr. Und damit kommen wir auch schon jetzt letztlich zum Hauptteil, nämlich unserer Vorgehensweise. Wie haben wir das bei uns an der Schule dann gelöst? So, und da haben wir verschiedene Fragen. Nämlich, die erste Frage ist, was haben wir denn schon? Also, wo stehen wir eigentlich? Was tun wir denn schon? Denn Sie starten alle nicht bei Null, sondern gut, im vergangenen Jahr brauchen wir sowieso nichts dazu zu sagen. Da wurde ja sowieso ganz viel auch nochmal in Bewegung gesetzt, was vorher vielleicht nicht denkbar war. Wir haben schon ganz viel. Das heißt, auch das war bei uns der Strahlpunkt, nämlich zu fragen, was haben wir schon? Und dabei haben wir eben eine Feststellung des Ist-Zustandes per Abfrage in den Fachschaften gemacht. Wie genau, das zeige ich Ihnen dann gleich noch. Die zweite Frage, die sich daraus ergibt, ist dann die Frage, was müssen wir denn eigentlich? Also, was sind exakt tatsächlich die curricularen Vorgaben, die eben da auch wiederum gegeben sind? Ist ja auch von Bundesland zu Bundesland, Schulform zu Schulform immer wieder unterschiedlich. Das heißt, hier muss man natürlich auch über die Fachschaften reinschauen. Was sind da die Vorgaben, die eingehalten werden müssen? Was müssen wir denn tun? So, und die dritte Frage, die wir hatten, ist die Frage, was wollen wir denn eigentlich? Was soll denn der Weg sein? Und was sind die Dinge, die vielleicht unabhängig von dem, was im Curriculum gefordert ist, auch tatsächlich einführen möchten? Und auch dazu haben wir eben uns zusammengesetzt und haben eben dann ein Curriculum Medienbildung formuliert, in unserem Fall tatsächlich an einem pädagogischen Tag. Das ist das, was ich auch anraten würde für eben so eine große Aufgabe, wie eben die Entwicklung eines Medienbildungscurriculums. Und wie wir jetzt über diese drei Fragen da weiterkommen, das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden zeigen. Und zwar schauen wir erst mal auf die Kompetenzbereiche der Medienbildung rauf. So, auch hier wieder die Bildung in der digitalen Welt, das Strategiepapier der Kultusministerkonferenz. Und da haben wir zum ersten Mal sechs verschiedene Kompetenzbereiche, die dort abgebildet sind. Und zwar einmal suchen, verarbeiten, aufbewahren, kommunizieren und kooperieren, produzieren und präsentieren, schützen und sicher agieren. Dann, ich frage mal, kann man vorbeitauchen, Problem lösen und handeln, das fünfte. Und das sechste, analysieren und reflektieren. So, diese sechs Bereiche, die finden Sie, wie gesagt, in diesem, ja, schönen Strategiepapier. Und die sind dort nochmal ausdifferenziert. Beispielsweise haben wir jetzt Kategorie 1, suchen, verarbeiten und aufbewahren. Und da gliedert sich dann eben nochmal in suchen und filtern, auswerten und bewerten, speichern und abrufen. Und wenn man jetzt 1.1 nimmt, dann wird auch das nochmal aufgegliedert in 1.1.1. Schutzarbeit und Suchinteressen klären und festlegen. 1.1.2 Suchstrategien nutzen und weiterwickeln. 1.1.3, 1.4. Und das alles ist, puh, ganz schön anstrengend unter Umständen. Das heißt, da muss man dann nochmal einen Moment durchatmen, bevor es dann quasi jetzt wieder reingeht. Das heißt, rufen wir uns die Folie nochmal auf. Wenn Sie jetzt hier dazu nochmal genauer suchen möchten, dann können Sie ja, tatsächlich, da sind Sie alle dazu in der Lage, eben dieses Strategiepapier aufrufen. Und dort finden Sie eben dann die verschiedenen Kompetenzbereiche in dieser Aufschlüsselung mit Unter- und Unterunterpunkten wieder. Und die haben wir uns jetzt als Basis genommen, um darauf basierend ein Abfragesystem zu entwickeln, um zu gucken, wo denn die Reise hingeht. So, das heißt, behalten Sie diese sechs Kompetenzbereiche mal im Blick. Und dann gucken wir jetzt im nächsten Schritt, wie wir dann vorangehen. Das heißt also, wir haben nochmal hier unsere Vorgehensweise mit den drei zentralen Fragen. Was haben wir, was müssen wir und was wollen wir? Und genau die drei Fragen packen wir jetzt in ein Kartensystem. Das ist eben das, was wir bei uns entwickelt haben und was ich Ihnen heute eben zentral jetzt hier an der Stelle vorstellen möchte. So, das heißt, was haben wir? Wir haben hier die sechs Kompetenzbereiche, die Sie ja jetzt gleich dann auch wieder bei sich auf dem Monitor sehen dürften, in Form von einer Karte. Das heißt, das ist tatsächlich eine DIN A5 Pappkarte. Und die heißt eben dann entsprechend der Bereiche, suchen, verarbeiten, aufbewahren, kommunizieren, kooperieren, präsentieren, produzieren und so weiter und so fort. Und Sie sehen, die Karten sind grün. Das heißt, das sind die Dinge, die wir schon haben. Und da muss dann entsprechend natürlich jedes Fach ausfüllen mit einer Kurzbeschreibung drauf, was ist denn das, was da schon läuft. Und da kann man dann in Papierform das Ganze tatsächlich physisch in der Schule, wenn man denn da vor Ort sich wieder treffen darf, in der Konferenz das entsprechend tatsächlich mit einem Stift da reinschreiben. Dann haben wir als nächstes die Fragestellung, was müssen wir denn? Und dafür haben wir die gleichen Karten, genauso wieder. Aber dieses Mal sind die Karten eben rot umrandet. Das heißt, Achtung, Gefahr. Hier haben wir Dinge aus dem Kompetenzbereich suchen, verarbeiten, aufbewahren, im Jahrgang 5 oder so zum Beispiel, die wir tatsächlich eigentlich gemäß Curriculum erfüllen müssten, aber nicht erfüllen. Schönes Beispiel, was ich an der Stelle immer wieder bringen kann, ist Kunstunterricht. Ich bin jetzt selbst kein Kunstlehrer, aber ich habe schon das Öfter mit den Kunstkolleginnen und Kollegen da diskutiert und gesprochen und auch versucht, da entsprechende Weiterbildung anzuleihen. Seit langen Jahren ist es so, dass bei uns in Hessen in der Oberstufe digitale Bildbearbeitung Pflicht ist. Das müssen unsere Kolleginnen und Kollegen im Kunstunterricht machen. Nur haben wir A, weder Rechner, die dazu in der Lage wären, noch B, haben wir irgendwie ein sinnvolles und verfügbares Bildbearbeitungsprogramm. Denn tatsächlich eine Profilizenz für Photoshop, das ist immer sehr schwierig. Wir hatten die immer zeitweise für eine gewisse Zeit. Dann war das wieder nicht mehr finanzierbar, darstellbar. Und das Ganze auch in Klassenstärke hinzubekommen, ist schwierig. Das heißt tatsächlich, das ist eine unserer roten Karten, die wir immer noch auch weiterhin als rote Karte bei uns haben. Das heißt, digitale Bildbearbeitung, präsentieren und produzieren, Kompetenzbereich drei. Die Karte ist rot für die Oberstufe bei uns, weil eben da tatsächlich noch nichts läuft und da die Möglichkeiten fehlen. So, das heißt also, grüne Karten, was haben wir? Rote Karten, was müssen wir? Und damit ist ganz klar, was der nächste Schritt ist. Nämlich jetzt in gelbe Karten reinzugehen. Und die gelben Karten heißen dementsprechend folgerichtig, was wollen wir? Und auch hier haben wir wieder genau die gleichen Karten, die eben da jetzt dann zum Tragen kommen. Und das sind tatsächlich Unterrichtsvorhaben, die sich mit diesen Kompetenzbereichen beschäftigen, wo die Fachschaften sagen, da möchten wir gerne ran, da möchten wir was tun. Und das alles haben wir jetzt an die Fachschaften ausgegeben, an einem pädagogischen Tag, wie gesagt, 2018. Und unsere Fachschaften haben das dann jeweils für ihre Fächer ausgefüllt, sind Jahrgang für Jahrgang durchgegangen, haben überlegt, gut, was haben wir denn schon, was machen wir denn schon? Was ist tatsächlich so wiederkehrend auch unter Umständen im Jahresarbeitsplan, sofern es denn einen gibt, schon festgeschrieben und hat mit dem Kompetenzbereich zu tun. Und das haben wir dann auf diese Karten entsprechend übertragen, sodass wir dann am Ende unseres pädagogischen Tages, am Nachmittag, einen großen, großen Berg voller Karten hatten, den wir dann bei uns in der Arbeitsgruppe natürlich noch mal auswerten mussten, durften. Und da sind wir entsprechend rangegangen. Das heißt, wir haben dann diesen Kartenwerk genommen, haben diese Karten tatsächlich physisch auch an die Wand gepinnt. Und die Karten sehen dann so aus. Das sind einfach hier verschiedene Beispiele. Die sind mal besser, mal schlechter von der Qualität dessen, was da wie ausgefüllt ist. Und ich habe nachher auch mal einen ganz groß, dass wir uns da mal einer anschauen können, wie die denn ausgefüllt dann aussehen könnte. Und all diese Karten, die jetzt hier so der Reihe nach aufploppen, haben wir dann genommen und haben sie in eine Wand gepinnt. Das, was Sie jetzt hier digital sehen können, da müssen Sie gar nicht im Detail drauf gucken können, sondern nur in der Gesamtheit, das haben wir dann tatsächlich auch noch mal im Originalformat an der Wand hängen gehabt. Und das Originalformat heißt, dieses Plakat mit diesen A5-Kärtchen, das können Sie sich ja grob dann überschlagen, ist dementsprechend 2,50 Meter hoch und entsprechend dann auch 2,50 Meter, 3 Meter breit. Und damit sieht man auf einen Blick, wie damals so 70er, 80er Jahre, Steckkartensystem für die Unterrichtspläne, für diejenigen, die das vielleicht noch kennen. Ich kenne es aus Schülerzeiten, nicht mehr als aktiver Kollege. Aber damit sieht man eben auf einen Blick, was man an der Schule schon tut, wo der Stand ist und wo eben vielleicht etwas so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und wenn Sie jetzt hier drauf schauen, Sie müssen ja, wie gesagt, gar nicht im Detail drauf schauen, sondern in einem Blick haben Sie das hier jetzt an dieser Medienbildungswand. Da sehen Sie, dass wir eben im Bereich des Mittleren, das sozusagen Schützen und sicher agieren, vierte Kompetenz, das, wo das Grüne und das Rote Schloss ist, da ist es so ein bisschen dünn gesät. Dafür auf der anderen Seite sehen Sie, dass bei natürlich Präsentationen alles vollgeklatscht ist mit Präsentationen, zum Teil eben auch vielleicht sogar überfrachtet. Und das ist eben etwas, wo man dann auch auf einen Blick sehen kann, wo man unter Umständen neue Konzepte reinsetzen muss im Sinne der Schulentwicklung, um da dann voranzukommen und da weiterzuarbeiten. So, das heißt, das ist im Endeffekt schon das zentrale System. Wir haben hier die verschiedenen Karten, Rot, Grün und Gelb. Die sehen Sie jetzt hier auch nochmal auf dieser Medienbildungswand eben in den Bereichen. Dann haben wir für uns selbst quasi festgelegt, wenn wir drei grüne oder zumindest gelbe Karten haben, dann finden wir das gut. Das heißt, pro Jahrgang und dann natürlich müssen wir auch nochmal bei uns als kooperative Gesamtschule auf die Schulform dann nochmal entsprechend achten. haben wir aber, wie gesagt, hier dann einen zentralen Überblick über das, was jetzt bei uns entsprechend passiert und können dann in der Schulentwicklung entsprechend agieren. Und ich wollte Ihnen jetzt eine Karte mal rausholen. Das heißt, wir zoomen uns mal in eine rein und gucken jetzt einfach mal hier gemeinsam drauf auf diese eine Karte. Und da sehen Sie eben, dass es hier eine gelbe Karte ist. Das heißt, das ist ein Unterrichtsvorhaben aus dem Fachbereich Englisch. Dafür ist dann die Englischfachschaft als Ansprechpartner zuständig. Die Schulformen, die das betrifft, sind Hauptschule, Realschule und Gymnasium im Jahrgang sieben. Und da ist es eben die Absicht der Englischfachschaft, hier Internetkontakte zu englischsprachigen Schülerinnen und Schülern herzustellen. Und dann haben wir hier nochmal aufgelistet eben dann auch, sehen Sie die Unterkompetenzen, die entsprechend dann auch auf dieser Karte mit angegeben werden und die jetzt hier definiert werden, wie das die Englischfachschaft machen möchte. Das heißt, auch für mich als jetzt entsprechend der Zuständige aus dem Medienpädagogik-Bereich, ich kann natürlich nicht für jedes Fach alles durchdringen und in der fachlichen Tiefe verstehen. Und deswegen brauchen wir hier alle Fächer. Sie erinnern sich an den Anfang. Integraler Bestandteil, Primat des Pädagogischen. Das heißt, die Englischfachschaft stellt hier fest, okay, Sie müssen mit verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten, Skype, E-Mail, 2018 hat man da noch Facebook draufgeschrieben, WhatsApp und so weiter entsprechend umgehen können. Und auf Basis dieser pädagogischen Entscheidung kann man jetzt rangehen und sagen, okay, was brauchen wir denn dann? Das heißt, ganz konkret jetzt in dem Falle, hier beispielsweise für die Englischfachschaft war es dann so, die Englischfachschaft hat es beschlossen für die Jahrgang 7 und dann war klar, alles klar, wir brauchen Headsets für die Schule. So, das heißt, auf Basis unserer pädagogischen Entscheidung, dass wir hier im Bereich Kommunizierung, Kooperieren in der Klassen 7 entsprechend vorgehen möchten, war dann klar, dass wir natürlich dann einen Klassensatz brauchen an Headset-Möglichkeiten. Natürlich haben wir auch mit Bring Your Own Device gearbeitet. Das heißt, die Schüler haben auch unter Umständen, wenn sie ein eigenes Headset haben, das natürlich auch mitbringen können. Aber natürlich braucht man trotz alledem einen Grundstock an solchen Gerätschaften. Man braucht dann entsprechend die Computer, die die Verbindung haben, um das dann auch durchführen zu können. Und man braucht natürlich auch die Partnerschaften, jetzt in dem Falle natürlich zu anderen Schulen im englischsprachigen Raum, die dann ganz zentral drin sind. Aber eben hier sehen Sie den Weg, den ich vorhin kurz angedeutet hatte, dass man zunächst erst mal wissen muss, was möchte man. Okay, wir möchten mit englischsprachigen Schülern per Internet in Austausch geraten, in Skype-Konferenzen oder aber auch über andere Plattformen da tatsächlich kommunizieren. Das heißt, wir brauchen einmal Computer, die natürlich internetfähig sind. Okay, gut geschenkt. Computer, die internetfähig sind, sollte an jeder Schule mittlerweile hoffentlich vorhanden sein. Wir brauchen aber auch tatsächlich genügende, damit da Schüler entsprechend mit rangehen können. Und wir brauchen dann, wenn die tatsächlich hier in Kontakt treten sollen, per Skype natürlich oder über ein anderes Programm, was da auch entsprechend funktioniert, dann brauchen wir Headsets, Mikrofone, Kopfhörer. Weil wenn ich hier 25 Schüler in einem Raum sitzen habe und jeder macht jetzt irgendwie den Lautsprecher an, das bringt es dann natürlich nicht. Das heißt, das ist dann der Weg, wie man eben entsprechend von der Idee der pädagogischen Ausrichtung dann auch tatsächlich zu den Anschaffungswünschen kommt. Und mittlerweile haben wir natürlich entsprechend diese Headsets jetzt dann auch angeschafft. Und noch zusätzlich dann auch eben entsprechend nochmal ein paar Laptops, um eben damit mobiler zu sein und nicht an die Computerräume gebunden zu sein. Aber das ist eben der Weg, über den man dann da gehen kann. So, das heißt, das mal als konkretes Beispiel jetzt hier aus diesem Ding rausgenommen. So, aber wenn Sie jetzt dann hier nochmal drauf schauen, auf die Gesamtkartensituation, dann sehen Sie, dass das jede Menge Karten sind. Und genau im Prinzip für jede dieser Karten gilt es dann von den Fachschaften auch zentrale Anschaffungswünsche zu formulieren, die sich dann eben auch aus diesen Punkten heraus ergeben. Gleichwohl natürlich auch entsprechende Fortbildungswünsche. Das heißt jetzt beispielsweise, jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel mit Englisch und Skype. Das heißt, natürlich brauchen dann die Kolleginnen und Kollegen in der Englisch-Fachschaft auch eine Einführung in dieses Programm, was dann entsprechend genutzt werden soll. Ob das jetzt dann wie gesagt Skype ist oder eine andere Plattform, das ist sicher dann relativ gleich. Aber wichtig ist, dass eben die Plattform, die dann auch benutzt werden soll, entsprechend natürlich für die Lehrkräfte geschult ist, damit die dann in der Lage sind, das wiederum natürlich auch an die Schüler weiterzugeben. In der Gesamtheit dieser bunten, bunten Kartensysteme, die wir jetzt hier geschafft haben, haben wir es dann soweit dann auch mal durchgezählt, um einfach zu wissen, wo die Sache sich verhält und wie das Ganze dann da steht. Und dann haben wir eben 102 grüne Kärtchen auf dieser großen Wand gehabt, fest verankerte Projekte, bevor wir überhaupt mit irgendwie was angefangen haben zu digitalisieren, gibt es tatsächlich bei uns an der Schule, klar, wir sind ein sehr großes System mit 1200 Schülern, bereits 102 fest verankerte, immer wiederkehrende Unterrichtsinhalte, die in den Bereich der Digitalisierung gehören. Wir haben dann festgestellt, dass die Kollegen sehr motiviert waren, auch durch die Vorgehensweise, weil sie gesehen haben, das ist ja auch kein Hexenwerk, sondern das sind ja die Alltagsdinge, die wir sowieso schon immer machen. Und lass uns doch mal gucken, was könnte man denn noch alles tun? Es gab also entsprechend 106 dann Unterrichtsvorhaben, die daraus sich ergeben haben. Und nochmal kurz im Kopf zurückgedacht, wir haben 110 Kolleginnen und Kollegen, 106 Vorhaben, heißt dann im Endeffekt nichts anderes, als dass jeder Kollege sich ein Ding ausgesucht hat und gesagt hat, okay, ich möchte gerne dies oder das voranbringen. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, wo man dann mit riesigem Aufwand jetzt dann da vorangehen muss. Und dann die Zahlen ergeben sich einfach anhand der Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich war es dann auch so, dass jetzt nicht jeder Kollege sich ein einzelnes Projekt gesucht hat, sondern tatsächlich auch mehrere Kolleginnen und Kollegen natürlich in den Fachschaften zusammengearbeitet haben, um dann da entsprechend voranzugehen. Und als letzte Zahl, auch um die noch mit aufzulegen, haben wir dann eben 48 curriculare Inhalte gefunden, die eben noch nicht implementiert sind, wobei da, wie gesagt, eben solche Dinge drin stecken, wie beispielsweise mit der digitalen Bildbearbeitung, die natürlich ein Problem sind. Oder aber auch zum Teil hinken die curricularen Vorgaben auch deutlich zurück hinter der realen Welt. Das heißt, beispielsweise hatten wir 2018, wenn ich mich recht entsinne, möchte ich da jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es waren im Bereich Erdkunde Kolleginnen und Kollegen, die dann da noch mit CD-ROM gemäß curricularer Vorredner bearbeiten sollten, was aber dann tatsächlich natürlich einfach veraltet ist und dementsprechend dann auch rausfällt. Gut. So, jetzt haben wir das, wie gesagt, 2018 an einem digitalen, an einem pädagogischen Tag durchgeführt. 2019 haben wir das Ganze dann über eine Fachschaftsabfrage dann quasi nochmal uns aktualisieren lassen. Und dabei hat sich ergeben, dass eben beispielsweise aus dem roten Bereich neun Probleme verschwunden sind. Aus dem gelben Bereich haben 30 Projekte sich verabschiedet. Diese 30 Projekte, davon sind 18 in fest Verankerte übergegangen unter Umständen. andere sind quasi beendet worden, nachdem man sie pilotiert hat und gesehen hat, okay, nee, taugt so nicht, müssen wir uns nochmal anders angucken. Und ja, 76 Projekte könnte man jetzt behaupten, wären quasi fortgeführt. Aber natürlich ist es nicht ganz so einfach, sondern das sind zum Teil natürlich auch neue Dinge, die dann geschehen sind. Aber das ist eben das, was jetzt auch zentral eben in der Weiterarbeit geht. Nämlich die Frage, wie geht das jetzt mit diesem System weiter bei uns an der Schule? Und tatsächlich ist es eben so, das ist jetzt hier als zentraler Punkt, die Aufgabe der medienpädagogischen Leitung ist kontinuierlich da im Sinne der Schulentwicklung an der nachhaltigen Weiterentwicklung dran zu bleiben. Das heißt, wir haben tatsächlich bei uns jährliche Abfragen in den Fachschaften mit implementiert. Und jetzt sehen Sie natürlich klar, 2018 hatten wir den pädagogischen Tag, 2019 habe ich Ihnen jetzt ein Update gegeben. Das Update 2020 musste leider entfallen, weil wir da tatsächlich so ein bisschen was anderes zu tun hatten organisatorisch. Ich denke, das dürfte den meisten von Ihnen nicht fremd sein. Aber tatsächlich ist es so, dass wir jetzt für 2021 wieder die Aktualisierung draufstehen haben. Und die Kolleginnen und Kollegen haben in den Osterferien bereits dann die Abfragebögen wieder bekommen. Das wird dann bis zu den Sommerferien entsprechend bei uns in der Arbeitsgruppe wieder eintrudeln. Und dann werden wir das entsprechend auswerten. Und dann zum neuen Schuljahr haben wir dann den neuen Stand. Das heißt, jährliche Abfrage dranbleiben, das nicht einfach schleifen lassen, ist dann natürlich ganz zentral, wie bei allen Dingen, die man implementieren möchte. Und dann, was natürlich auch zentral ist, ist das, was ich ja vorhin auch schon kurz angedeutet hatte, nämlich tatsächlich eine kontinuierliche Abfrage und Weiterbildung im Bereich Medienbildung entsprechend natürlich der Fachschaftswünsche. Das heißt, wenn dann über konkrete Dinge festgestellt wird, okay, wir würden gerne mit, jetzt bleiben wir dabei, Skype arbeiten, können wir da mal irgendwie ein Projekt bei uns in der Schule holen? Gibt es unter Umständen was von externen Anbietern? Das ist ja auch immer etwas, was ich natürlich sehr empfehlen möchte, sich da auch Fachleute mit ins Boot zu holen, sich zu verbinden. Und ja, wir haben tatsächlich bei uns einen zweiten pädagogischen Tag dann durchgeführt 2019, der eben zentral mit Weiterbildung sich beschäftigt hat. Und das ist auch noch etwas, was Sie vielleicht bei sich mal im Bundesland prüfen müssten oder auch im Schulamtsbereich prüfen müssten. Tatsächlich ist es so, dass bei uns im Schulamtsbezirk, man hat in Hessen einen pädagogischen Tag pro Schuljahr, den man durchführen kann für Qualifikationsmaßnahmen. Und wenn man dann aber einen pädagogischen Tag zum Bereich Medienbildung macht, dann war es zeitweise bei uns so, dass man dann eben einen weiteren pädagogischen Tag auch noch mitbekommen konnte. Deswegen dieses zweite in Anführungszeichen. Das müssen Sie aber natürlich bei sich vor Ort prüfen. Und grundsätzlich arbeiten Sie mit den Medienzentren zusammen. Das sind tolle Leute, die da gerne bereit sind, Sie zu unterstützen. Auch bei uns war es so, dass wir mit dem Medienzentrum vor Ort zusammengearbeitet haben, mit dem Schulamt und dem Schulträger. Das heißt, ohne das geht es natürlich nicht. Gut, jetzt habe ich Ihnen unser Kartensystem vorgestellt. Und jetzt bleibt jetzt quasi nur noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das ist natürlich heute ein bisschen schwieriger, da wir ja nicht direkt hier im Live-Stream so konkret miteinander verbunden sind. Aber ich hoffe, dass das jetzt gleich im Chat dann entsprechend auch gut funktioniert miteinander. Und wer aber tatsächlich hier dann einfach mich auch anschreiben können möchte, das ist meine Dienst-E-Mail-Adresse. Da können Sie mich anschreiben. Und ja, tatsächlich geben wir dieses Kartensystem gerne auch raus. Das basiert auf KMK-Vorgaben. Insofern ist es ja nichts, was wir uns komplett neu ausgedacht haben. Und das Einzige, was wir da dann haben möchten, aber das kriegen Sie dann auch in einem Anschreiben, ist dann tatsächlich eine Spende für unsere Schule, selbst für unseren Schulverein, als Unterstützung und als kleiner Dank für die Vorarbeit. Denn am Ende des Tages müssen Sie die Arbeit bei sich an der Schule lösen, die Probleme in den Griff bekommen. Und wie gesagt, wenn Sie da Fragen haben, können wir gleich jetzt nochmal das eine oder andere vielleicht direkt klären. Aber Sie können sich, wie gesagt, auch gerne meine E-Mail-Adresse notieren. Und dann, wenn da was ist, dann komme ich natürlich gerne auf Sie zu. Und versuche da ein bisschen zu unterstützen, soweit wie das eben über die Entfernung dann auch funktioniert. Gut, ja, das war's von meiner Seite. Insofern vielen Dank für das Zuhören. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen weiterhelfen und auch so ein bisschen den Blick öffnen, dass man eben hier tatsächlich von dem, was man möchte, ausgehen muss und tatsächlich den pädagogischen Blick zentral vorne heranstellt, bevor man Dinge von Berge, von Materialien anschafft. Und am Ende hat man 20 Laptops und keiner weiß, was man machen soll. Insofern vielen Dank und bis demnächst, sage ich jetzt mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tja. 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 nox.